Herr Stanislaski? Herr Stanislaski? Sie sind also der Neue? Moosbach, mein Name. Alois Moosbach, Facility Manager. Ich habe mich auf das Inserat gemeldet und jetzt bin ich da. Heute beginnt mein Probemonat. Erfahrungen? Ich war eineinhalb Jahre Facility Manager bei der Ava Bank. Hausmeister. Das ist der Job eines Hausmeisters. Verstopfte Klos, kein Wasser in der Dusche, gehen mal lange zu kalt, zu warm. Sehen Sie das? Ja, kommen Sie mit. Ich geh jetzt ins Büro. So. Wollen Sie was trinken? Ah, Kaffee. Danke. Du nehm ich gerne. Kein Kaffee. Der ist von gestern. Der. Der ist von meinem Großvater. Nein, danke. Ich trinke nichts mehr in der Arbeit. Was sagt Ihnen 13.15? Das Programm kenne ich. Hatten wir bei der Ava auch Kennlinienabgleich. Gabelschlüssel. Herr Facility Manager. 13 bis 15 ist der wichtigste Gabelschlüssel. Klar, Gabelschlüssel. Habe ich mir gleich gedacht. Ich habe auch einen kompletten Leipzig. Das war der Alarm. Was tun wir jetzt? Ist kein Alarm, Herr Facility Manager. Das ist die Mittagspause. Wollen Sie jetzt was trinken? Kaffee?